Reisetaschen, Flugzeugteile und auch zwei Leichen. Ein Erwachsener und ein Junge wurden vor der Küste Costa Ricas aus dem Meer geborgen. Bestätigt ist jetzt, dass Rainer Schaller, Gründer der Fitnessstudio Kette McFit, an Bord der Maschine war. Ebenfalls in dem Flugzeug seine Lebensgefährtin, deren zwei Kinder, Sohn und Tochter, sowie ein Mitarbeiter Schallers und der Pilot. Es scheint so, dass das Flugzeug direkt ins Meer gestürzt ist. Nach Aussagen von Experten ist ein solcher Aufschlag wie ein Auftrall auf Beton. Tragische Bekanntheit bekam Schaller auch als Veranstalter der Duisburger Love Parade 2010. Bei der Technoparty sterben durch eine Massenpanik 21 Menschen. Der Schauspieler und gute Freund von Rainer Schaller, Til Schweiger, hat sich jetzt zu dem Absturz öffentlich geäußert. Wir sind alle so geschockt. Ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Am Samstag ist das Flugzeug von Rainer Schaller vom südmexikanischen Bundesstaat Chiapas losgeflogen. Die Maschine war auf dem Weg in die costarikanische Provinz Limon. Um 18 Uhr Ortszeit ist jedoch der Kontakt abgebrochen. Wir suchen weiter mit Flugzeugen der Luftwaffe und der Seerettung. Auch die amerikanische Regierung hat uns Überwachungsflugzeuge zur Unterstützung angeboten. Allerdings ist die Hoffnung, dass die Suchmannschaften noch Überlebende des Unglücks finden, äußerst gering. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020